Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem 14.12.2021. Heute mit einer Sonderfolge und somit deshalb das zweite Mal an diesem Tag. Ja, ich habe die Nummer nicht bereit, weil ich habe das Ganze schon vor knapp einer Woche aufgezeichnet. Da hat uns Oppo einen kleinen Einblick gegeben. Unter NDA konnte man sehen, was heute am ersten Tag, am Keynote-Tag vorgestellt wurde. Und wir haben auch gesehen, was am zweiten Tag, also morgen, für euch vorgestellt wurde. Und in der heutigen Episode geht es darum, was Oppo für eben am ersten Tag gezeigt hat. Was war das? Neben der Keynote, wo sie ein bisschen was berichtet haben, und jetzt spricht der Martin aus der Vergangenheit, wo er nicht weiss, um was es genau ging, haben sie auch zwei Produkte gezeigt. Das ist ein bisschen untypisch für Oppo, denn normalerweise sind die Inno-Days Tage, an denen sie zeigen, was sie so für geile Geschichten machen könnten und oder möchten und oder teilweise halt auch dann vielleicht mal irgendwann in Real können. Manche Geräte sind ganz nah, manche Geräte sind noch weit weg. Einige Geräte kommen gar nie auf den Markt und so ist es halt bei diesen Entwicklergeschichten. Heute geht es aber konkret, und das ist quasi eine Premiere für die Inno-Days, dass sie insgesamt zwei Produkte vorgestellt haben, die auch nächstens auf den Markt kommen werden. Aber wo und wie, das wird sich noch zeigen dürfen. Es ging um den Mari Silicon X und die Oppo Air Glass. Was ist das? Dieses Mari Silicon X ist, ja, man hat halt gesehen, bei Apple hat es funktioniert, ein eigener Prozessor. Man hat es gesehen, Samsung hat eigene, man hat gesehen, Google hat eigene. Und Oppo möchte auch. Aber es geht nicht im Prinzip darum, den Hauptprozessor zu ersetzen. Das wird nach wie vor ein Qualcomm und in den ersten Geräten wahrscheinlich ein Qualcomm 888 sein. So munkelt man zumindest. Nein, es geht um eine zusätzliche GPU, eine NGPU, eine Imaging NGPU. Es geht um einen Bildprozessor. Der ist einzig und allein dazu da, um noch bessere Bilder und vor allem auch noch bessere Videos zu machen. Vor allem beim zweiten klingt das Ganze spannend, weil da ist ja Apple nach wie vor führend, auch wenn sie im Bereich des Fotos immer wieder mal den Thron abgeben müssen. Beim Video ist Apple nach wie vor führend. Und das könnte sich hier eventuell ändern, weil es wird sich dann zeigen, wie eben dieser neue zusätzliche Prozessor performiert. Perform, man, ihr wisst, was ich meine. Spannend ist er in der Sicht, dass er sehr viele Durchschlagskraft, also ein sehr powerfuller Prozessor ist, aber gleichzeitig auch relativ wenig Strom dafür braucht. Das könnte wirklich spannend werden, wie das Ganze im Detail funktioniert und dann bei einem funktionierenden Gerät schlussendlich dann auch ausschauen wird. Das werden wir erst im nächsten Jahr sehen. Kurz hat man uns das gezeigt anhand des Find X3 Pro in der MPU-Version, wo sie dann von einem 2 Frames pro Sekunden auf 40 Frames pro Sekunden hochschrauben konnten und das bei nicht mal halber Milliwattstunden Akkunutzung. Das ist natürlich das, was spannend ist. Nicht immer noch mehr Power und so weiter, das habe ich ja schon vielfach auch hier im Daily beschrieben. Es geht nicht immer um noch mehr Power, sondern es geht darum, weniger Strom zu verbrauchen mit viel mehr Power. Das ist interessant. Aber eben, das erste Smartphone mit dem Mari Silicon X kommt dann im nächsten Frühjahr mit der neuen Find X-Serie auf den Markt. Da dürfen wir gespannt sein. Das zweite, was sie gezeigt haben, waren die Oppo Air Glass. Was das ist, könnt ihr euch vorstellen. Genau, es sind Brillen. Brillen normal mit Glaseinsatz und Brillen ohne Glaseinsatz. Mit einer kleinen Dockingstation, die man rechts drauf setzt. Und dann einen Mikroprojektor hat, der mit 3 Millionen Nits, also relativ hell, auf das Glas projiziert. Es ist 30 Gramm leicht. Die Gestelle sind auch so konzipiert, dass man das Gewicht von eben diesen 30 Gramm ausgleichen kann. Und im Hintergrund arbeitet ein Qualcomm Snapdragon Wear 4100. Also der gleiche lahme, sage ich jetzt mal, Prozessor wie in vielen Android-Smartwatches. Da bin ich dann gespannt, wie das Ganze performt. Aber da dieser nur Heads-up-Display-mässig Information nach vorne beamt, könnte das auf jeden Fall eine genügend lange Power sein. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze funktionieren wird. Ein grün-monochromes Display oder ein Stream kriegt man da eben vor die Augen projiziert. Egal ob Kalender, Navigation, Gesundheit, Fussgänger oder Fahrradnavigation. Das sind so die ersten Geschichten. Auch ein Teleprompter, das könnte ich mir zum Beispiel für meine YouTube-Videos gut vorstellen. Eine Brille habe ich sowieso auf und warum dann nicht da meine ganzen Texte drauf projizieren? Dann würde ich auch wenige Fehler reinschwaffeln, eventuell, vielleicht. Und natürlich, wenn man zwei Brillen miteinander koppelt, würde auch Simultanübersetzung möglich sein. Da wird es dann spannend. Die ersten Versuche sind mit Chinesisch und Englisch und das soll schon relativ gut funktionieren. Ja, das waren die beiden Geräte, die Oppo heute gezeigt hat. Für all diejenigen, die es interessiert, morgen gibt es nochmals eine kleine Sonderfolge genau eben zu dem Oppo Inno Day. Weil Oppo hat noch was anderes gezeigt, was für den einen oder anderen vielleicht spannend sein könnte. In diesem Sinne, besten Dank fürs Reinhören, euch noch einen schönen Tag und wir hören uns bald wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.